Mommo niggas, schnittchen, herzlich willkommen zu einem 1vs1 gegen Peter. Oh yeah. Und zwar in Pokémon. Zähle alle Pokémon aus Kanto auf. Ich könnte mir vorstellen, dass wir beide 151 schon zusammen kriegen. Vielleicht. Gerade weil du auch super viel Pokémon Go gespielt hast. Und ich weiß, wie spielst du aktuell noch Pokémon Go oder nicht? Nicht viel. Jeden Tag fange ich ein Pokémon und drehe ein Ding und das warte. Ja, okay. Ja, okay. Aber cool. Aber die ersten 151 könnte man schaffen. Wir haben 20 Minuten Zeit. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Das werden wir dann sehen. Da steht in den Tipps, man hat immer einen Hint, damit man den Typ des Pokémons schon sieht. Also der Haupttyp. Es gibt ja auch, keine Ahnung, irgendwie Bisa-Flor-Peter als Tipp. Das Pflanzegift. Krass. Habe ich dir schon mal Pokémon gesagt. Ja, aber in der ersten Dingens gab es, war das noch nicht Pflanzegift, oder? Doch, ich glaube schon, das war Pflanzegift. Gab es schon Doppeldinger in der allerersten? Ja. Gut. Wir starten das 20 Minuten und treffen uns gleich wieder. Mal gucken, wie gut und wie schnell war. Jawohl. Bis gleich. Fangen wir an mit Play Quiz. Achso, ja oben. Bis-A-Sam. Bis-A-Knosp. Bis-A-Flor. Ähm. Glumanda. Glutexo. Glurak. Shiggy. Schillock. Thor-Tog. B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-R-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B-I-B. Alter, ich habe es ja schon mal richtig rum, richtig falsch rum. Glumanda. Glutexo. Glurak. So, dann haben wir Shiggy. Schillock. Tur-Tog. Horn-Liu. Saf-Kon. Äh, Saf-Kon. Kokuna. Ko-Kuna. Äh, Bi-Wor Tau-Psi Tau-Boga Tau-Boss Äh, Raupi Alter, ich bin zu dumm Raupi Kokuna? Kokuna? Warte mal, Kokun? Ne, warte mal, Kokuna So Habitak Ibitak Äh Gift, Gift Ist denn Gift, Gift? Ich kurz überlegen, was ist denn Gift, Gift? Oh, warte mal kurz Ich darf nicht durcheinander kommen Raupi hatte Ähm, diese Dieses Schalending Setzt Härte ein Wer setzt Härte ein? Pikachu Raichu Ähm, Dick Da Oh, lol Dickdry Das ist dann nicht bei Das ist dann scheinbar woanders aufgeploppt Kokuna Und dann Ähm Die Wespe Ähm Nidoran Ah ja, okay Da sind beide drin Was, mit Wespo oder mit Biene Nidorina Nidorino Nidoquin Nidoking Okay, wir machen erstmal weiter Wir haben Taubsi Tauboga Taubos Das ist langsam schon stressiger Ähm Habitak Ich sollte erstmal aufschreiben, was mir einfällt, wa? Ibitak Slimer Slime Mok Ah, Rettan Und Arbok Genau Cobra Und Nata Mewtwo Mew Mew Wir haben Dratini Dragomir War es genau Oh mein Gott Scheiße Mewtwo Äh Dragomir Ne Äh Zweimal Boden Was haben wir denn noch zweimal mit Boden? Weiß ich nicht Kleinstein Georg Mh Abra Kadabra Sinsala Quap Psel Quapo Ne, das ist hier Fucano Ne, doch nicht Okay Dann war Fucano und Arcani Ähm Wen haben wir denn dann noch? Ponita Okay Verdammt Galoppa Scheiße Galoppa Pa So Haha Rettan Arbok Pi Pi Und Pixi Bibor So Dann haben wir natürlich noch Pummeluf Und Kludeluf Elektro haben wir noch Magnetilu Ach das ist ganz woanders Was kommt denn da an Elektro? Pflanze Dann haben wir natürlich Myrapla Und Äh Gie Ne Äh Du Flor Und Äh Giflor Dann haben wir noch Knofenza Labbados Labbados Zapptos Zapptos Arctos Arctos Haben wir noch Äh Ultri Garia Ultrigaria Und Sarzenia Ähm Macho Mai Macholo Maschok Käfer Käfer Sichlor Und Pinsir Und Paras Und Parasek Quapuzi Haben wir noch Genau dann haben wir die fertig Sehr gut Äh Kampf haben wir natürlich Macholo Ähm Machok Macho Mai Dann haben wir natürlich Als Kampf noch Menki Und Rasav Tangela War noch Wie heißt Nochmal das Lauchzelot War die Weiterentwicklung Von Dieser Komischen Ente So eine Scheiße Äh Wasser Stern Du Und Okay Äh Goldini Okay Verdammt Goldini Und Goldking Alter Mir fehlen noch voll viele Leck mich doch am Arsch Tentacha Und Tentoxa Scheiße Ich weiß nicht mehr wie die Weiterentwicklung von Magnetido hieß Abra Kadabra Simsala Okay Peter ganz ruhig Ich werde gerade nervös Das ist ein bisschen problematisch Geist Geist sehe ich noch da unten Dann machen wir kurz Nebulak Äh Apollo Äh Wie wird das geschrieben? Hä Wir haben noch Relaxo Natürlich Wir haben noch Pipi Wir haben Pixi Wir haben Knuddeluff Wir haben Pummeluff Okay Ich habe keine Ahnung Wie Apollo geschrieben wird Muss ich da jetzt googeln Apollo Pokemon Alpollo Oh mein Gott Es ist Alpollo Wir haben natürlich Pikachu Und wir haben Raichu Das sind die beiden Elektro Pokemon Da Kleinstein Georock Und Geowatz Wir haben Diktar Und Diktri Psycho Da haben wir noch Traumato Und Hä Okay Da unten Traumato Und Hypno Wir haben Zubat Und Golbat Elektro Haben wir noch Elekt Tech Und Fleckmon Und Lamos Ach das ist Psycho Okay Ähm Aber da sind noch Boden Pokemon Ich dachte echt Das wäre dick da Ich gehe gerade das Pokemon Spiel durch Porenta Archie Der Vogel Der Steinvogel Ach das gibt es doch jetzt nicht Aromal Ne Moment Amadillo war was anderes Ne scheiße Onyx Okay wir haben noch relativ viele Gift Pokemon Myrapla Ist aber auch woanders Scheiße Viele Elektro Pokemon Magnetilo Und Magneton Geist Haben wir natürlich noch Apollo Das erste Ist Alter Habe ich gerade Blackouts Ähm Mewtwo Ups Mewtwo Ähm Dratini Dragonia Dragoran Da auch Shiny Von Nebulak Von Nebulak Dann haben wir natürlich Ähm Lavados Und Arctos Und Zapdos Wir haben Kikli Warte mal Kikli Äh Dann haben wir Aerodactyl Radfraz Radikal Haben wir noch Das waren die normalen Natürlich Ich bin noch so weit vorne Dann haben wir natürlich Nidoran Das gibt es ja zweimal Nidorina Pantimos Ähm Rosana Achso ja Nidorino Nido Queen Nido King Dann haben wir natürlich noch Ähm Schnurp Ich habe es gerade vor Augen Das ist so ein Ding Das hat Stacheln Auf dem Rücken Sandan 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 Ja Nice Alter Nice Smogon Und Smog Mock Mir fällt gerade noch Der Stier ein Der es noch bei der Safari Zone gibt Oh warte mal Voll Äh Wulpix Und Ach Nice Wulnona Nice Nice Okay Wie heißen die Weiterentwicklung Von Myrapla Giflor Giflor Gibt es da noch Das ist die letzte Hier Rihorn Und Rizeros Tauros Kangama Äh Es gibt noch Schanera Tangela Es gibt noch diese Höhlenpokémon Mit den Pilzen Äh Jurob Und Jugong Und es gibt noch Ähm Das wo am Ende So eine Blume draus wird Alter Leckumio Äh Das ist ja Gerade Zwei Käfer Pokémon Jetzt bin ich gerade Jetzt ist so der Der Flow raus Gerade Ich hab zweimal noch Boden drin Angeblich Wasser hab ich noch Super viel Normal Pokémon Elektro Pokémon Alter mir fällt James und die anderen Die hatten Äh Rettan hab ich schon Arbok hab ich schon Und ähm Ja Das Gift Pokémon Oha Alter 110 fallen mir nur ein Ja noch 10 Minuten Zeit Aber das wird trotzdem Harmonie Das weg Komm und schnapp sie Komm und schnapp sie dir Komm und schnapp sie dir Pokémon Zubart Das mit Rauch Und die hatten Mauzi Mauzi Und Snowbillikat Hatten die natürlich Golbat Ich hab grad so einen Krassen Blick out Wulpix Und Wulnona Paras 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 Und Parasek Anton Keine Ahnung Aber da aufgeploppt ist Aber irgendwo ist Anton und Enteron reingekommen Wie heißt denn Myrapla Giflor Duflor Alter wie es dann Teilweise einfach Einem reingeschossen kommt Welche Käfer Pokémon Farben Lapras Es gab noch die Motte Tragosso Es gab noch die Motte Da oben Tragosso und Knogga Motte Motto Motta Ne so hat gearbeitet nicht Ich hab jetzt Normal Pokémon Das nervt mich hier Dass hier die beiden Mir da fehlen Oh mod Wie ist die Vorentwicklung Alter ich hätte echt Nicht gedacht Dass ich so scheiße bin Wir haben noch Es fehlen noch super viele Mir fehlt super viele Wasser und Normal Pokémon Alter das kann doch Nicht wahr sein Die scheiß Blume War Knofensia Knofensa Knofensa Alter Sar Saracenia 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 Was zieht man denn immer Was man nicht will Evoli Oh mein Gott Evoli Äh Äh Aquana Flamara Und natürlich Äh Blitzer Quadriaga Oder so ähnlich Ne So hieß das nicht Scheiße Ah man ey Welsasinia war die letzte Wasser Alter Was gibt's denn noch Für Wasser Pokémon Goldini Äh Paras 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 Goldini Wir haben Punita Da Punita Shiny Hab ich Dreierentwicklung Mir fehlt ne Dreierentwicklung In den Wasser Wir haben Galopper Quapsel Quapuzzi Und Quapo Okay Äh Slymok 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 Ist die Weiterentwicklung gewesen Slyma Ja Ha 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 Never gonna give you up Never gonna let you down So ne Scheiße hab ich jetzt hier im Kopf Wollt ihr mich komplett verarschen Na Wasser fehlt mir ja richtig viel Wasser und normal sind meine Schwächen lecken mich am Arsch Das sind auch die meisten Pokémon die es da gibt Drab Das ist ein Drab 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 ich ein panty muss mir fällt will hängt die ganze zeit dieser scheiß taurus als gebrannt stelle dodo dodri dodo dodri entorn entorn okay pass auf das war misty wenn du willst du noch torgp torgp ist erst zweite edition gewesen dieses boden nervt mich kleinstein dann ist glaube ich nicht hauptsächlich boden sonst wird mir das einfallen legt mich doch ab lapras chanera da oben aber immerhin kapador garados was für ein fucking käfer pokémon gibt es denn da noch aerodactyl heißt der scheiß alter meine einmal eines meiner ersten schein ist bei pokémon go muschers austaus stern du hat misty noch starmi hat misty noch habe ich bei rocko wie hieß denn bei rocko noch dieser scheiß geo da fehlt mir doch noch was bei kleinstein georock immer nur geodude ein bohr der boden kabutops sky grün in shiny kabuto da war die vor nautilus nautilus ist nicht richtig wie komme ich denn amonitas wie komme ich denn auf nautilus die ganze zeit ich hatte gerade auch schon naut irgendwas naut shit alter die gerade die ganzen ruten durch noch irgendeinen hinzufinden auf irgendeine entwicklungsreihe amonitas die nachfolge war irgendwie am amoroso hier fehlt mir normal ditto oder so ditto 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 mir geht die zeit flöten kaffa wie noch diese kampf pokémon kikli hat nicht funktioniert oder kikli nokchan gibt es immer das war wegen jackie chan und oh mein gott es war kikli oh mein gott mit zwei e alter wegen jackie chan und bruce lee alter mir fehlen voll viele das kann nicht wahr sein scheiße 137 man mir fehlen 14 pokémon alter auf viele namen komme ich auch einfach nicht ich habe elektro pokémon vor augen diese komische steinschlange vor augen mir fallen einfach diese scheiß namen nicht ein ist das frustrierend alter safkon heißt natürlich blutzug und oma sandan und sandama krabbi und kegla oh mein guck oh mein mauzi und snubilika sepa seman tito porygon hä porygon habe ich nicht das hätte hier porygon geschrieben blutzug alter da hätte ich drauf kommen können manky rassaf natürlich fukano eine meiner liebsten pokémon ultrigaria da habe ich irgendwas mit kuh im kopf tentara tentoxa klar geowatz fleckmon lamos natürlich magnetilo magneton porenta heißt da die ente dodo dodri europe jugon muschas austaus genga natürlich oh nix oh nix oh man das kann doch nicht wahr sein scheiße traumato hypno krabbi kingler voltoball elektroball natürlich das kann nicht wahr sein ovai kokowai tragosso auch geiles pokémon geile geschichte smogon smogmog das ist bitter sepa semon goldini 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 elektek hatte ich die ganze Zeit vor Augen scheiß elektek und magma habe ich dann eher vergessen alter okay alter ich habe nicht alle ich bin so frustriert ich auch nicht haha immerhin schon mal dat alter ich ist oh nix nicht eingefallen oh mein gott ja okay aber das ist auch nicht so schlimm weißt du ich habe halt so schön runter gemacht hier bla 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 habitak ibitak radfrag radikal alle untereinander geschrieben weißt du alle schön und dann gift dann ging es los gift hä also smogon und smogmog kommt noch nicht so weit nach vorne egal habe ich eingetippt und dann war es irgendwo anders und dann ging es durch drunter und drüber und dann wenn du einmal nicht mehr in der Reihenfolge bist dann habe ich angefangen einzugeben dann hatte ich auch irgendwann habe ich angefangen einzugeben was mir einfällt okay mu mu2 habe mir Augen zugemacht und habe dann voll viel geschrieben und dann habe ich gemerkt scheiße nach mu hat der schon eingeloggt und dann steht da tu dratini und so eine scheiße steht halt da alles noch in meiner scheiß eingabemaske drin nice richtig kacke nice also ich kann ja mal von links aus anfangen was ich als erstes vergessen habe ja ich habe mich schon mal geärgert über sandan und sandama ich habe safkon als erstes schon vergessen also ich bin vor dir schon mit dem ersten was ich vergessen habe Moment du hast safkon es fällt dir nicht mehr ein dein Name ja genau das grüne Ding wird immer härter einsetzt mir ist einfach safkon nicht eingefallen aber der Rest ging dann weiter erstmal ganz gut okay ja sandan und sandama fiel mir nicht ein danach blutzug und omoth alter blutzug omoth ist mir eingefallen die scheiß Motte aber blutzug ist mir nicht eingefallen alter mir fiel einfach also wenn dann habe ich immer die Entwicklung auch dazu gefunden also so ist es nicht also mir fiel halt nicht irgendwie einer mal nicht ein ja wenn dann fehlt mir halt die Namen der Name ist mir dann einfach entfallen in dem Moment das war mega nervig dann direkt auch weiter Mautzy Stubilikat kann man mal vergessen oh da bin ich irgendwann den Anime durchgegangen und dann warte ich so okay was hat Team Rocket okay die haben Retzer aber Mautzy Mautzy und so bin ich auf Mautzy gekommen dann habe ich super viel richtig 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 ich habe Menki nicht Razav habe ich vergessen ich habe das tut echt weh Fukano und Arkani vergessen ah ja das glaube ich das tut weh ich habe ein Problem gehabt ich habe Nebulak aufgeschrieben und dann ja klar Gengar und dann Apollo für mich war immer Apollo gewesen und nicht Alpollo und ich so Alter zwei P's gib es nicht Alter zwei L's ich habe jede Kombination durchgekommen ich habe dann aber also ich ziehe mir den ab ist mir egal ich habe danach gegoogelt was denn wie der denn geschrieben wird weil ich mir dachte ich würde mich verarschen weil ich hier falsch war ob der mit drei O's geschrieben wird oder sowas keine Ahnung also ich ziehe mir den im Zweifel ab dass ich Apollo nicht habe das hatte ich bei Magma ich habe Magma die ganze Zeit eingegeben bin ich auf die Idee gekommen um ein R dahinter zu setzen habe ich dann aber auch nicht eingegeben naja ok dann zählt Alpollo einfach nicht Krabi Kingler fiel mir nicht ein Owei Kukowai Sepa Seemon Dito Dito habe ich Porygon habe ich gedacht hätte ich eingetippt habe ich nicht ja und dann war es das also das sind meine Fehler ja du hast dann aber noch glaube ich deutlich mehr als ich weil so ab der zweiten Spalte wurde es bei mir ein bisschen löchrig ok krass also da sind mir dann einige nicht eingefallen da hatte ich auch so richtig krasse Blackouts also zum Beispiel Nebulak Alpollo hatte ich aber mir ist Gengar nicht eingefallen obwohl ich den bestimmt fünfmal shiny habe oder so und den voll gejagt habe das ist ja richtig schlimm das ist richtig frustrierend also ich hatte da einige nicht ich habe insgesamt 70 Prozent 105 habe ich insgesamt ich habe 137 mit 81 Prozent aber trotzdem weil ich habe gedacht 81 Prozent ist der Average Score oh 91 habe ich dann ja ja stimmt also 137 151 aber ich dachte wirklich ich rotze da easy hin Alter ich bin so sauer ist so scheiße wie das mir so manche nicht einfielen aber normal und Wasser fiel mir halt einfach nicht ein ja naja aber ja naja aber herzlichen Glückwunsch du hast gewonnen danke danke ich hoffe es hat euch gefallen schlechter als ich dachte ach das wird schon wieder spätestens im neuen Pokémon Teil der bestimmt schon angekündigt wurde bestimmt bis der neue bis die Folge rauskam haut rein ihr geiles Schnittchen ciao tschüss das ist Vielen Dank.